Das größte Geschenk Erol Sander freut sich aufs Baby Er kann es kaum mehr erwarten, seinen Nachwuchs in die Arme zu schließen Seit August 2022 ist Erol Sander, 55, von seiner langjährigen Partnerin Caroline Gardett getrennt Mit ihr hat der Alles-Was-Zählt-Star auch zwei gemeinsame Söhne Vor wenigen Wochen bestätigte der Schauspieler das, was zuvor vermutet worden war, seine neue Freundin Rebecca Ullmann ist schwanger Erol freut sich schon riesig auf seinen Nachwuchs Dieses Baby ist das größte und schönste Geschenk, schwärmt der 55-Jährige im Interview mit Bunte Die Patchwork-Familie verbringt Weihnachten in diesem Jahr getrennt Rebeccas Tochter ist über die Feiertage bei ihrer Mama und Erol Dessen Kinder haben wiederum andere Pläne, mein Großer, Marlon, ist ja mit seinen 20 Jahren schon erwachsen und hat eine Freundin Elias geht über Weihnachten und Silvester dieses Jahr mit seinem besten Freund zum Skifahren und besucht uns danach Nach den süßen Babünes scheint Erol auch für weitere Schritte bereit zu sein Ja, wir wollen heiraten Aber es stehen vorher noch ein paar andere Dinge und Projekte an Bis das aber soweit sei, müsse noch etwas Zeit vergehen Eine Hochzeit ist etwas Besonderes, das wollen wir in Ruhe machen Über all den Spannungen 5 8 8 10 13 14